den uns zu werden nur werden aber auch ab die auch er ich will die aber jetzt haben, weil auch ein Medik-Pack noch ist, da drüben. Ja, dann laufen wir jetzt hier mal weiter. So, hier war... Ja, das ist das Problem, wenn man die geht halt nicht lautlos erledigt. Boah, ich bin ein No-Zoom-Wunder. Ja, und der Kill war jetzt irgendwie ganz schwer. Ich bin auch gar nicht feige. Ja, ich höre jetzt schon, keine Sorge. Ja, wieder einer weniger. So. Dann gucken wir mal was hier oben... Ich verlasse gerade den Flughafen. Carrington übernimmt hier. Er holt sich am Ausgang von Hangar 33 ab. Da oben! Oh! 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 Ich muss umkehren. So, da sollte jetzt auch keiner überliebt haben. So, und jetzt muss ich zu diesem komischen Luftrohr, was wir da schon gesehen haben. Los, los, los! Und da geht man am besten durchs Wasser. Ja, das sind ja jetzt wahre Skillmeister, die sich ja bekämpfen. Aber ich bin ja gleich hier durch, hoffe ich mal. Ja, das Level ist fertig. Ja, und dann darf ich gleich wieder den guten alten Carrington treffen, hoffe ich mal. Bleiben Sie kurz im Hangar auf Frost. Ich werde prüfen, was Ihr Opfer hier los ist. Immer noch keine Neuigkeiten von Colonel McCorm. Wo geht es denn? Hey, ich kann die Kabinen zum Lager nicht herstellen. Zu mir ist nichts. Vielleicht ist dort ein Problem mitgekommen. Warum ist der Käpt'n so nervös? McCall hat sich seit 24 Stunden nicht gemeldet. Ich hab gehört, dass das Lager aus sich als Kunden verlegt wurde. Du kannst deinen Sachen lebwohl sagen, Kumpel. Ich glaube kaum, dass sie uns Zeit zum Packen geben. Ich hoffe nur, dass wir im Süden bleiben. Aber wenn das Pentagon in Panik gerät, schicken sie uns sicher in eine dieser unterirdischen Basen. Ohne mich. Hm. Ja. So macht man das heutzutage. Einfach schön in den Kopf damit. Ich werde das nicht wegdrehen hier raus. So, erstmal ein bisschen was hier aufsammeln so wieder. Ist ja nicht hier. Leider. Da ist der W-Pack. Da ist dann geh ich noch voran. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt muss ich mich da hoch. Und mich so ein bisschen hier entlang. Dann gehen wir wahrscheinlich sterben. Da. Da ist dann noch so ein bisschen weg. Wah! Zoom! ich erwarte doch nicht etwa gleich so ein richtig harscher geschmack das wäre nicht so gut, weil darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust aber wie ich das so kenne hier das war jetzt eine sehr geniale Aktion muss man auch mal lobend anerkennen das schaffen auch nicht viele Let's Player aber von dem Gegner ist hier nichts übrig geblieben, nur die Mütze also habe ich mein Ziel erreicht wir brauchen Unterstützung Die Mütze sind geblieben, die Mütze sind geblieben, die Mütze sind geblieben und es wird hier vieles geben, die Mütze sind geblieben oder die Mütze sind geblieben ja hier ist sicher viel von gestern